Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 5. Oktober 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1359 und heute habe ich die folgenden Themen für dich. iPhone 15 Pro Max, Samsung SSD T9, Oxygen OS 14, Google Pixel, Google Pixel Watch und Google Pixel Buds Pro. Ja, dann starten wir doch gleich mit einem Apple-Thema, denn in der vorletzten Woche habe ich mein iPhone 15 und das iPhone 15 Pro Max von Apple erhalten und werde es für euch da draussen fleissig testen. Zum iPhone 15 Pro Max, dem grösseren, wo ich sehr gespannt darauf war, ob ich mit dem zurechtkomme, weil gross und so weiter, aber dennoch sehr, sehr neugierig war auf die Kamera. Die ersten Erfahrungen und die ersten paar Dinge, die eben das iPhone 15 Pro Max beinhalten, das kannst du drüben auf dem Pogipsi.ch-Blog nachlesen. Wie immer auf daily.geektalk.ch findest du die ganzen Themen verlinkt, die ich heute hier bespreche. Auch in dieser Woche vorgestellt hat und dazu gibt es einen Übersichtsartikel zu der ganzen Serie, aber auch zum Produkt selbst, Samsung. Nämlich eine neue SSD, die SSD T9. Wer den Geek Talk und oder den Blog drüben ein bisschen verfolgt, der weiss, ich bin ein grosser Fan davon. Ich habe mehrere davon von jeder Version und nutze die auch gerne. Samsung hat mit der SSD T9 ein neues, sturzfestes und performantes Gerät auf den Markt gebracht. Wie die genau funktionieren, was da alles mit drin ist. Es gibt eine 1TB, eine 2TB und eine 4TB-Version. Das kannst du, wie gesagt, im Blog nachlesen. Ja, dann habe ich noch ein Video zu Oxygen OS 14 für dich bereit. Wer das noch nicht kennt, das ist das, was OnePlus über Android stülpt. Ist Android 14 mit eben dem, was sie drüber klatschen, mit den neuen Funktionen. Was da alles neu mit drin ist, wie das in etwa ausschaut, das kannst du dir im Video, auch das ist verlinkt auf dem opo.ch-Blog, mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, und dann war gestern Abend noch ein grosses Event von Google. Die haben nämlich vorgestellt, das Google Pixel 8, das Google Pixel 8 Pro und das Google Pixel Watch 2 und, oder die, genau, und dann noch die Google Pixel Buds Pro. Wer jetzt denkt, ja, aber die haben wir doch seit letztem Jahr schon im Verkauf hier in Deutschland. Bei euch zum Beispiel, falls. Genau, das ist so, die gibt es da, bei uns gab es die nicht, wie auch die Pixel Phones und die Watch nicht. Das hat sich jetzt geändert. Google ist endlich und da, ja, hat viel gebraucht. Endlich, endlich, endlich auch in der Schweiz angelangt. Wir kriegen nicht nur das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro in den Verkauf, wir kriegen auch das Pixel 7a in den Verkauf für etwas unter 500 Franken. Ein sehr, sehr spannendes Gerät, was das anbelangt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns kurz die Pixel 8 Geräte an. Die überzeugen durch schöne Hardware. Das Ganze ist alles ein bisschen runder geworden. Irgendwie erinnert mich das an den iPhone-Launch. Auch da wurden die Geräte wieder runder. Sie fühlen sich extrem gut an. Ich durfte sie gestern schon anfassen und ein bisschen damit rumspielen. Das war schon ein sehr, sehr schönes Feeling. Ich habe auch die Geräte vorab jetzt hier im Test und darf dann euch im Laufe der nächsten Woche oder ab nächster Woche dann berichten. Ich werde da sicherlich ein Video dazu machen. Ich werde da einen Blogpost dazu machen und vielleicht auch hier in der Daily dann irgendwann nochmal auf das eine oder andere Thema eingehen. Was aber Google vor allem gemacht hat, sind sehr viele KI-Features. KI-Geschichten mit Fotografie, mit Video und so weiter. Da kommt sehr, sehr viel mit Android 14 mit rein. Teilweise Pixel-exklusiv, teilweise natürlich auch freigegeben für andere. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und vor allem, wie sich damit arbeiten lässt. Die ersten, was habe ich jetzt, acht Stunden mit dem Pixel 8 Pro und dem Pixel 8 machen schon mal sehr viel Spass, weil sehr, sehr flotte Geräte, auch die Pixel Watch 2 ist im Gegensatz, als ich dachte, also gegenteilig, als ich dachte beim letztjährigen Modell, fügt sich sehr gut am Arm an und ist auch sehr geschmeidig. Jetzt bin ich mal gespannt, was die da so für Daten an meinem Handgelenk sammelt auf der rechten Seite und werde auch natürlich da darüber berichten. Wer ein bisschen sich da einlesen möchte, auch dazu gibt es Links, wie immer verbaut. Was bei dem Pixel Buds Pro neu ist, ist nicht die Version, es gibt keine zweite Version. Nein, Google hat einfach neue Features reingebastelt. Vor allem KI-Features, wie zum Beispiel die Voice-Geschichte. Wenn ihr irgendwo seid, wo es laut ist, filtert es das besser raus, wenn ihr telefoniert und so weiter und so fort. Also auch da sind viele KI-Geschichten reingekommen. Dazu fehlt der Blogpost noch, aber der wird noch nachgereicht. Ja, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Wenn alles klappt, gibt es morgen nochmals eine Episode und dann bin ich leider eine Woche weg in einem Lager. Eventuell kann ich da aufzeichnen, eventuell nicht. Ansonsten geht es definitiv nach dem Lager wieder weiter. In der Woche nach dem 17. Oktober circa da herum. In diesem Sinne euch einen guten Start in den Tag und bis bald, dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.